Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 23. Mai 2020. Der Vers des Tages kommt heute aus dem fünften Buch Mose aus Deuteronomium, wie das fachlich ja auch heißt, Kapitel 11, die Verse 26 bis 28. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht, den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Also die Gebote, die ich euch gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn, eures Gottes. Welche Begriffe sind bei dir hängen geblieben? Fluch und Gehorsam, Fluch und Segen, Gottes Gebote. Halten wir uns kurz die Situation vor Augen dieses Textes. Moses hat das Volk Israel zusammengerufen. Die lange Wüstenwanderung ist zu Ende. Jetzt stehen sie vor der Einnahme des gelobten Landes. Moses erinnert sie noch einmal an die Rettung Gottes aus der Sklaverei in Ägypten, an seine Führung durch die Wüste und seine Treue. Moses weiß, das Land, das jetzt in Besitz genommen werden soll, ist bewohntes Land. Bewohnt von Menschen, die anderen Göttern anhängen. Eine Vielzahl von Fruchtbarkeitsgöttern, Geistern und Mächten. Sie alle verlangen Opfer, bis hin zu Menschenopfern. Und Moses weiß, der Glaube an diese Götter führt immer in die Angst. Opfer müssen erbracht werden, sonst ist dieser Gott verschnupft und schickt Blitz und Donner, Krieg, Krankheit und Verwüstung. Religion der Angst Gegen Vertrauen aus erfahrener Befreiung Darum entscheide dich heute, Israel. Entscheide dich für den Segen. Denn ich will dich segnen, auch wenn du es oft im Nachhinein erst erkennst. Denn sonst entscheidest du dich automatisch für den Fluch. Gefangen in Angst und Unfreiheit. Das ist die Wahl, vor die Israel gestellt wird durch Moses. Gehorcht, also den Geboten Gottes, ermahnt Moses das Volk. Allein das Wort gehorchen, nicht wahr? Das hat für unsere Ohren eine negative Konnotation. Wenn du nicht gehorchst, dann folgt eben Strafe. Das verbinden wir mit Gehorsam. Doch das ist hier überhaupt nicht gemeint. Die Vorsilbe G von Gehorsam steht für das Pronomen viel. Gebirge heißt viele Berge. Geflüster heißt, da ist viel Geflüster. Da ist viel Flüstern. Oder Gehölz, da ist viel Holz. Oder Gewitter, da ist viel Wetter, also Unwetter. Gehorsam heißt, Gehorsam heißt viel Hören. Das gehört zum täglichen Gebet der Juden. Das Schmach Israel. Höre Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. So das tägliche Gebet. Und du sollst den Herrn, deinen Gott liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das höchste Gebot, an das Jesus auch uns erinnert. Das ist keine Religion der Angst, sondern Vertrauen aufgrund von erfahrener Liebe. Hört immer wieder neu, dass Gott ein Gott ist, der deine Freiheit will. So wie er euch aus Ägypten führte, will er dich aus deinen täglichen Ängsten führen. Wirf all deine Sorgen auf ihn, er wird es wohl machen, heißt es in einem Psalm. Wirf alle Sorgen auf ihn. Die Bibel ist voll von solchen Verheißungen. Keine Religion der Angst, sondern Vertrauen aus Liebe. Meine Frau und ich feiern in diesem Jahr ein besonderes Datum. Es ist zwar nicht unser 40. Hochzeitstag, aber es ist der 40. Tag unserer heimlichen Verlobung. Für uns genauso wichtig wie der offizielle Ortszeitstermin. Die Zeit der Suche hat endlich ein Ende. Die Zeit der Wahl, des Werbens, der Unsicherheit. Sie war endlich zu Ende etwas. Endlich war gegenseitige Liebe eingestanden. Ohne Worte verstanden wir diesen Anfang als ein Anfang bis zum Lebensende. Als wir gestern dann über diese Losung nachdachten, sagte meine Frau, eine intakte Beziehung braucht doch keine ständigen neuen Gelöbnisse. Was sie braucht und ja auch hat, sind doch die ständigen Liebesbeweise und Liebesbezeugungen im Alltag. Wenn einer von uns ständig diese Treue erfragt und einfordert, dann stimmt doch in der Beziehung etwas nicht. So nach dem Motto, heute stelle ich dich neu vor die Wahl zwischen Segen und Ende unserer Ehe. Und für eine solch gelingende Beziehung ist das Hören absolut fundamental. Das Hören aufeinander, Zuhören, Hören in den Gesten und auch in dem Ungesagten. Jeder ist auf das Wohl des Anderen ausgerichtet, auf das Du, auf das Gegenüber bezogen. Genau dazu lädt unsere Tageslosung heute ein. Gott liebt mich und hat das anfassbar konkret in der Person Jesus Christus gemacht und bewiesen. Und dann durch das Geschenk des Heiligen Geistes. Ich habe mich darum entschieden, ich persönlich, ihn zu lieben und meine inneren Sensoren sind auf sein Reden und sein Wirken ausgerichtet. Jede Bibelese, jeder Gottesdienst, jedes Lied, jede Gemeinschaft mit Gläubigen ist ein Liebesbeweis dieser Beziehung, in der ich auch sein Reden erwarte und empfange. Darin lasst uns treu sein und treu bleiben. Es segne Dich, der liebende Gott, Jesus Christus, der die Liebe Gottes in Person ist und der Heilige Geist, der Dich in diese Liebe führt. Amen. Und nun lade ich noch einen für den morgigen Gottesdienst. Auch der wird wieder live stattfinden in der Friedenskirche und wird gestreamt. Das heißt, er kann also gleichzeitig im Internet verfolgt werden oder auch nachträglich noch gesehen werden. Wir freuen uns auf die Musik von Tamara Kopp und dem Team und auf die Moderation von Doro Gohl. Und ich darf die Predigt halten. Wie es mit den Tagesgrüßen weitergeht, da bin ich im Gespräch mit dem Referenten für Gottesdienst, Stefan Gohl. Es sieht so aus, dass ich also für den Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils die Tagesgrüße vorbereite und all die bewährten anderen Mitarbeiter für die Tagesgrüße, die sind eingeladen, sich dann für die anderen Tage einzubringen. Es wäre schön, wenn das funktioniert. Euch allen einen gesegneten Tag. Musik Also, nachdem ich die obstacles gesagt habe,